Lektion 1 – Im Ausland studieren Hast du jemals darüber nachgedacht, im Ausland zu studieren? Ich glaube, es würde meinen Horizont erweitern und neue Möglichkeiten bieten. Ja, ich habe es auch in Betracht gezogen. Eine andere Kultur zu erleben und in einer fremden Umgebung zu lernen, klingt aufregend. Unbedingt. Es wäre eine großartige Gelegenheit, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern und Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen. Außerdem könnte es unsere Lebensläufe verbessern und uns auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger machen. Das ist wahr. Arbeitgeber schätzen oft internationale Erfahrung und die Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen. Ich denke auch, dass ein Auslandsstudium uns helfen würde, unabhängiger und eigenständiger zu werden. Auf jeden Fall. Wir müssten uns in einer neuen Stadt zurechtfinden, unsere Finanzen verwalten und alltägliche Aufgaben selbst erledigen. Es wäre sowohl akademisch als auch persönlich eine wertvolle Lärmerfahrung. Ich stimme zu. Wir würden eine neue Perspektive gewinnen und eine globale Denkweise entwickeln. Und vergessen wir nicht die Gelegenheit, in den Pausen und am Wochenende zu reisen und neue Orte zu erkunden. Ja, das ist ein weiterer aufregender Aspekt. Wir könnten berühmte Sehenswürdigkeiten besuchen, verschiedene Küchen probieren und in die lokale Kultur eintauchen. Insgesamt klingt ein Auslandsstudium nach einer großartigen Gelegenheit für persönliches und akademisches Wachstum. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist definitiv eine Überlegung wert. Lektion 2. Atemberaubende Landschaften und Filter Die Landschaft auf unserer gestrigen Wanderung war atemberaubend. Hast du irgendwelche Filter benutzt, als du diese Fotos gemacht hast? Nein, ich habe keine Filter verwendet. Die natürliche Schönheit war so atemberaubend, dass ich sie genauso festhalten wollte, wie ich sie sah. Das ist großartig! Manchmal können Filter Fotos verbessern, aber es ist auch wichtig, die Ruhe-Schönheit der Natur zu schätzen. Absolut. Filter können die Farben und die Stimmung eines Fotos verändern, aber es ist schön, ein Gleichgewicht zu haben und Momente authentisch einzufangen. Ich stimme vollkommen zu. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen der Verbesserung des Fotos und der Treue zur Originalszene zu finden. Exakt! Die Natur hat ihre eigenen einzigartigen Farben und Lichtverhältnisse, die mit Filtern nicht immer repiziert werden können. Es ist auch interessant, wie verschiedene Menschenlandschaften unterschiedlich wahrnehmen und schätzen. Was für eine Person atemberaubend sein mag, ist für eine andere möglicherweise nicht dasselbe. Das ist wahr! Schönheit ist subjektiv und jeder hat seine eigenen Vorlieben und Perspektiven. Das macht Fotografie und Natur so faszinierend! Wir können unsere eigenen Interpretationen der Welt um uns herum festhalten und teilen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität auszudrücken und unsere Erfahrungen mit anderen zu teilen. Auf jeden Fall! Und ob wir Filter verwenden oder nicht, das Wichtigste ist, die Schönheit des Augenblicks zu genießen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 3 – Auf eine größere Größe achten Ich brauche eine größere Größe für dieses Shirt. Lassen Sie mich überprüfen, ob wir es auf Lage haben. Klar, lassen Sie sich Zeit. Es ist wichtig, die richtige Passform zu finden. Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als ob wir keine größere Größe verfügbar haben. Oh, das ist bedauerlich! Das Design des Shirts hat mir sehr gut gefallen. Ich kann bei unseren anderen Filialen nachfragen, ob Sie es auf Lage haben. Ich habe gerade mit der Filiale in der Innenstadt gesprochen und Sie haben das Hemd in einer größeren Größe. Das ist fantastisch! Kannst du sie bitten, es für mich zu reservieren? Natürlich reserviere ich die Reservierung sofort. Du kannst es morgen abholen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Es ist mir ein Vergnügen. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte, die richtige Größe zu finden. Lektion 4 – Stärkung des Markteintritts Partnerschaften mit anderen Unternehmen könnten unseren Markteintritt stärken. Richtig? Ja, die Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen kann uns wertvolle Ressourcen und Wissen liefern. Absolut! Sie verfügen möglicherweise über bestehende Netzwerke und Vertriebskanäle, die wir nutzen können. Außerdem können wir von Ihrem Fachwissen profitieren und aus Ihren vergangenen Erfolgen und Misserfolgen lernen. Das ist wahr! Es kann uns helfen, potenzielle Herausforderungen zu bewältigen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir sollten auch die Möglichkeit gemeinsamer Marketingmausnahmen zur Steigerung der Markenbekanntheit in Betracht ziehen. Guter Punkt! Durch die Bündelung unserer Ressourcen können wir ein breiteres Publikum erreichen und mehr Interesse an unseren Produkten oder Dienstleistungen wecken. Es ist wichtig, kompatible Partner zu finden, die unsere Vision und Werte teilen. Einverstanden! Der Aufbau starker Partnerschaften erfordert Vertrauen, effektive Kommunikation und eine gemeinsame strategische Vision. Und wenn wir in neue Märkte expandieren, können uns zuverlässige lokale Partner dabei helfen, kulturelle und regulatorische Barrieren zu überwinden. Auf jeden Fall! Es ist ein strategischer Schritt, der unser Wachstum beschleunigen und unsere Erfolgschancen erhöhen kann. Lektion 5 Adrenalinrausch und kulinarische Köstlichkeiten Das Abenteuer, das wir gestern erlebt haben, war definitiv ein Adrenalinschub. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Ich weiß, oder? Es war eine so berauschende Erfahrung. Ich brumme immer noch vor Aufregung. Das Gefühl, unsere Grenzen zu überschreiten und unsere Komfortzonen zu verlassen, war unglaublich. Absolut! Es ist erstaunlich, wie aufregende Erlebnisse dazu führen können, dass wir uns im Moment lebendiger und präsenter fühlen. Und vergessen wir nicht das leckere Essen, das wir danach hatten. Es war ein Fest für die Sinne. Oh, ja! Die Aromen, Aromen und Texturen waren einfach göttlich. Ich kann sie immer noch schmecken. Neue Gerichte auszuprobieren und verschiedene Küchen zu erkunden, ist einer der besten Teile von Reisen und Abenteuern. Das ist es wirklich. Essen ist ein so wesentlicher Bestandteil der Kultur und ermöglicht es uns, mit den lokalen Traditionen und Menschen in Kontakt zu treten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wie eine kulinarische Reise zu Unternehmen und neue Geschmäcker und kulinarische Techniken zu entdecken. Und das Beste daran ist, dass wir einige dieser Gerichte zu Hause nachkochen und das Erlebnis mit unseren Freunden und unserer Familie teilen können. Absolut! Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Erinnerungen zurückzuholen und neue zu schaffen. In der Tat. Die Kombination aus aufregenden Abenteuern und köstlichem Essen sorgt für unvergessliche Erlebnisse. Es sind Momente wie diese, die uns an die Freuden des Lebens und die Schönheit erinnern, neue Horizonte zu erkunden. Lektion 6 Wetterprobleme Ich hoffe, das Wetter spielt heute mit. Drückt mir die Daumen. Ja, hoffen wir auf gutes Wetter. In letzter Zeit hat es viel geregnet. Ich weiß, es war ziemlich düster. Ich hoffe, wir haben bald etwas Sonnenschein. Ich auch. Ich habe es satt, überall einen Regenschirm mitzunehmen. Es wäre schön, spazieren zu gehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, nass zu werden. Auf jeden Fall. Ich vermisse es, Zeit im Freien ohne Regenkleidung zu verbringen. Hoffentlich ist die Wettervorhersage diesmal korrekt. Ich stimme zu. Es ist immer gut, eine Vorstellung davon zu haben, was einen erwartet. Ich schaue jeden Morgen in der Wetter-App nach, um meinen Tag zu planen. Es hilft mir bei der Entscheidung, ob ich eine Jacke mitbringen oder eine Sonnenbrille tragen soll. Ich vergesse immer zu überprüfen und bereue es später. Nun, drücken wir die Daumen für einen sonnigen Tag heute. Ja, wir hoffen auf klaren Himmel und Sonnenschein. In der Tat. Es wäre eine angenehme Abwechslung von all dem Regen. Absolut. Ich freue mich darauf, gutes Wetter zu genießen. Hoffen wir, dass der Wettergott heute auf unserer Seite ist. Das hoffe ich auch. Das würde den Tag so viel besser machen. Nun, bleiben wir positiv und hoffen auf das Beste. Lektion 7. Neue Freunde finden Um neue Freunde zu finden, ist es beruhigend zu wissen, dass es gemeinsame Interessen gibt, über die man sich austauschen kann. Auf jeden Fall. Es ist viel einfacher, ein Gespräch zu beginnen, wenn sie etwas gemeinsam haben. Also, was sind einige gemeinsame Interessen, von denen du denkst, dass sie helfen können, neue Freunde zu finden? Nun, Hobbys wie Sport oder Musikinstrumente können Menschen zusammenbringen. Und was ist mit Filmen und Fernsehsendungen? Viele Leute diskutieren gerne über sie. Ja, Popkultur ist für viele ein gemeinsames Interesse. Es ist ein gutes Thema, über das man sich unterhalten kann. Ich denke auch, dass freiwillige Arbeit oder die Teilnahme an Gemeinschaftsaktivitäten dazu beitragen können, Gleichgesinnte zu treffen. Absolut. Es zeigt, dass ihnen die Community am Herzen liegt und kann zu sinnvollen Verbindungen führen. Ein weiteres gemeinsames Interesse ist das Reisen. Viele Menschen lieben es, ihre Reiseerlebnisse zu teilen. Das ist ein gutes Argument. Reisen kann interessante Gespräche auslösen und dauerhafte Freundschaften schließen. Und vergessen wir nicht das Essen. Es macht immer Spaß, gemeinsam neue Küchen auszuprobieren. Du hast recht. Essen bringt Menschen zusammen und kann Türen zu neuen Freundschaften öffnen. Es gibt also viele gemeinsame Interessen, die es zu entdecken gilt, wenn man neue Freunde findet. Auf jeden Fall. Es geht darum, diese gemeinsamen Leidenschaften zu finden und sie als Ausgangspunkt zu nutzen. Lektion 8 – Tipps zur Hautpflege Hi Anna, hast du irgendwelche Tipps für eine gesunde Haut? Unbedingt. Ein wichtiger Tipp ist, den ganzen Tag über viel Wasser zu trinken. Wie hilft Trinkwasser bei der Hautpflege? Nun, hydratisiert zu bleiben hilft, ihre Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und verhindert Trockenheit. Das macht Sinn. Was kann ich sonst tun? Ein weiterer Tipp ist, ihr Gesicht zweimal täglich mit einem sanften Reinigungsmittel zu reinigen. Warum ist Reinigung wichtig? Durch die Reinigung werden Schmutz, Öl und andere Verunreinigungen entfernt, die ihre Poren verstopfen und zu Ausbrüchen führen können. Ich verstehe. Gibt es bestimmte Inhaltsstoffe, auf die ich bei Hautpflegeprodukten achten sollte? Ja, suchen Sie nach Produkten mit Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure und Vitamin C, da diese dazu beitragen können, die allgemeine Gesundheit und das Aussehen ihrer Haut zu verbessern. Danke für den Rat. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Ja, vergessen Sie nicht, Ihre Haut vor der Sonne zu schützen, indem Sie ein Breitspektrum Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher verwenden. Sonnencreme, verstanden. Hast du noch andere Tipps, die du mit uns teilen kannst? Versuchen Sie abschließend, ausreichend zu schlafen und mit dem Stresslevel umzugehen, da Schlafmangel und hoher Stress sich negativ auf Ihre Haut auswirken können. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke für all die tollen Tipps, Anna. Lektion 9 – Eine Essensbestellung aufgeben Hallo, kann ich dir heute mit etwas helfen? Ja, bitte. Ja, ich möchte etwas zu essen bestellen. Ganz gewiss. Was möchtest du bestellen? Ich nehme bitte einen Cheeseburger mit Pommes. Möchtest du irgendwelche Beläge auf deinem Cheeseburger haben? Ja, ich hätte gerne Salat, Tomate und Essiggurken, bitte. In Ordnung, ein Cheeseburger mit Salat, Tomate und Essiggurken. Und was möchtest du trinken? Ich nehme eine Cola, bitte. Gute Wahl. Sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Danke. Du bist willkommen. Ihre Bestellung wird in Kürze fertig sein. Lektion 10 – Französische Küche Anna, hast du schon einmal französische Küche probiert? Natürlich. Ich kann es kaum erwarten, die köstlichen Gerichte zu probieren. Welche beliebten französischen Gerichte empfehlen Sie? Ein klassisches Gericht ist Kokauvin, ein in Rotwein gekochtes Hühnchen mit Champignons und Zwiebeln. Das klingt unglaublich. Irgendwelche anderen Gerichte? Ein weiteres beliebtes Gericht ist Ratatouille, ein Gemüse-Eintopf aus Auberginen, Zucchini, Paprika und Tomaten. Ich habe Ratatouille in einem Film gesehen. Es sah köstlich aus. Es ist in der Tat köstlich. Die französische Küche ist bekannt für ihre reichen Aromen und ihre Liebe zum Detail. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Was ist mit Desserts? Crème Brûlée und Tarte Tartin sind zwei ikonische französische Desserts, die Sie unbedingt probieren sollten. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Französische Küche klingt wirklich köstlich. Lektion 11 – Marketing-Trends Hi, hast du die neuesten Marketing-Trends gesehen? Ja, ich habe mit ihnen Schritt gehalten. Was ist dir aufgefallen? Nun, ein Trend, den ich gesehen habe, ist der Aufstieg des Influencer-Marketings. Marken arbeiten mit Social-Media-Influencern zusammen, um für ihre Produkte zu werben. Das ist interessant. Das scheint heutzutage eine beliebte Strategie zu sein. Auf was bist du noch gestoßen? Ein weiterer Trend ist der zunehmende Einsatz von Video-Inhalten im Marketing. Videos sind sehr ansprechend und können Botschaften effektiv vermitteln. Ich stimme zu. Videos sind zu einem leistungsstarken Instrument geworden, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Sonst noch etwas? Ja, es gibt auch einen wachsenden Fokus auf personalisiertes Marketing. Unternehmen nutzen Daten, um ihren Kunden maßgeschneiderte Erlebnisse zu bieten. Personalisierung kann definitiv einen Unterschied machen. Es hilft, eine stärkere Verbindung zwischen der Marke und dem Verbraucher herzustellen. Haben Sie weitere bemerkenswerte Trends gesehen? Ja, ich habe festgestellt, dass Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken für Verbraucher immer wichtiger werden. Marken, die umweltfreundliche Ansätze verfolgen, werden immer beliebter. Das ist toll zu hören. Es ist schön zu sehen, dass Unternehmen Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Du bist willkommen. Es ist immer interessant, über die neuesten Marketing-Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 12, Grün und Erfrischung Genau, die frische Luft und das Grün sind so erfrischend für die Seele. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Zeit in der Natur zu verbringen, kann verjungend sein. Es ist erstaunlich, wie sich die Umgebung von Bäumen und Pflanzen so positiv auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Ich fühle mich immer entspannter und ruhiger, wenn ich in der Natur bin. Es ist eine willkommene Abwechslung vom Betonschungel. Und die Schönheit der Natur ist wirklich beeindruckend. Die Farben, die Geräusche, alles fügt sich harmonisch zusammen. Es ist eine Erinnerung an die Wunder der Natur. Wir sollten es schätzen und schützen. Auf jeden Fall. Wir müssen uns um unsere Umwelt kümmern und sicherstellen, dass sie für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Das ist wahr. Wir sollten alle unseren Teil dazu beitragen, die Schönheit und Gelassenheit der Natur zu erhalten. Denken Sie natürlich daran, Wasser und Snacks mitzubringen, und vergessen Sie nicht das Insektenspray. Guter Punkt. Es ist wichtig, hydratisiert und geschützt zu bleiben, wenn Sie Zeit im Freien verbringen. Absolut. Vorbereitet zu sein sorgt für ein angenehmeres Erlebnis in der Natur. Ich kann es kaum erwarten, unser nächstes Outdoor-Abenteuer zu planen. Es ist immer ein Hauch frischer Luft. Lektion 13. Wachsende Trends Haben Sie bemerkenswerte Trends in bestimmten Sektoren bemerkt? Ja, ich habe einige interessante Entwicklungen in verschiedenen Branchen gesehen. Was ist mit dir? Nun, im Technologiesektor gewinnt künstliche Intelligenz zunehmend an Bedeutung. Sie wird in verschiedene Produkte und Dienstleistungen integriert. Das ist wahr. Pi hat das Potenzial, viele Aspekte unseres Lebens zu revolutionieren. Gibt es noch andere bemerkenswerte Trends? In der Gesundheitsbranche wird Telemedizin immer beliebter. Menschen können aus der Ferne ärztlichen Rat und Behandlung einholen. Telemedizin bietet Komfort und Zugänglichkeit, insbesondere für Menschen in abgelegenen Gebieten. Was ist mit der Modeindustrie? Nachhaltige Mode gewinnt an Dynamik. Viele Marken konzentrieren sich auf umweltfreundliche Materialien und ethische Produktionspraktiken. Das ist toll zu hören. Es ist wichtig, dass die Modeindustrie umweltbewusster wird. Irgendwelche anderen Sektoren? In der Automobilindustrie werden Elektrofahrzeuge immer häufiger eingesetzt. Die Menschen setzen auf sauberere und nachhaltigere Transportmöglichkeiten. Elektrofahrzeuge haben das Potenzial, unseren CO2-Fußabdruck erheblich zu reduzieren. Das ist ein positiver Schritt in eine grünere Zukunft. Absolut. Es ist aufregend, das Wachstum und die Innovation in diesen Sektoren zu beobachten. Lektion 14 – Nationalparks und atemberaubende Wanderwege Warst du schon einmal in einem Nationalpark? Ja, ich hatte die Gelegenheit, einige zu besuchen. Die natürliche Schönheit ist einfach atemberaubend. Ich stimme zu. Nationalparks bieten atemberaubende Landschaften und einzigartige Erlebnisse. Welches war dein Favorit? Es ist schwer sich zu entscheiden, aber ich würde sagen, der Nationalpark mit seinen atemberaubenden Stränden und Wanderwegen war wirklich unvergesslich. Das klingt unglaublich. Ich liebe es zu wandern und von den Wundern der Natur umgeben zu sein. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Die Strände waren makellos, mit kristallklarem Wasser und weichem Sand. Und die Wanderwege führten uns durch abwechslungsreiches Gelände und boten unterwegs unglaubliche Ausblicke. Ich kann mir vorstellen, wie beeindruckend das gewesen sein muss. Nationalparks bieten die Möglichkeit, sich vom städtischen Chaos zu lösen und sich wieder mit der Natur zu verbinden. Absolut. Es ermöglicht uns, die Schönheit unserer natürlichen Welt und die Bedeutung ihrer Erhaltung zu schätzen. Ich stimme vollkommen zu. Nationalparks sind nicht nur ein Schatz, den wir genießen können, sondern auch eine Erinnerung an die Notwendigkeit, unsere Umwelt zu schützen. Und das Beste daran ist, dass Nationalparks für jeden etwas bieten. Egal, ob sie gerne wandern, Wildtiere beobachten oder einfach nur am Strand entspannen, für jeden Naturliebhaber ist etwas dabei. Das ist wahr. Nationalparks decken ein breites Spektrum an Interessen ab und machen sie für Menschen jeden Alters zugänglich und unterhaltsam. Es ist immer eine gute Idee, einen Ausflug in einen Nationalpark zu planen. Es ist eine Gelegenheit, sich zu entspannen, neue Energie zu tanken und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Absolut. Die Wunde eines Nationalparks zu erkunden, ist ein Erlebnis wie kein anderes. Es ist eine Gelegenheit, sich von unserem geschäftigen Leben zu lösen und sich wieder mit der Natur zu verbinden. Englisch lernen kann eine Herausforderung sein, aber Gespräche wie diese helfen uns, zu üben und uns zu verbessern. Auf jeden Fall. Gespräche zu führen ist eine großartige Möglichkeit, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern und fließende Sprachkenntnisse aufzubauen. Außerdem macht es mehr Spaß und ist interaktiver als nur Grammatik und Wortschatz zu lernen. Absolut. Gespräche ermöglichen es uns, das Gelernte in einem praktischen Kontext anzuwenden. Und sie helfen uns, selbstbewusster im Umgang mit Englisch in realen Situationen zu werden. Das ist wahr. Je mehr wir das Sprechen üben, desto einfacher wird es, uns effektiv auszudrücken. Es ist auch eine Gelegenheit, voneinander zu lernen. Wir können die Fehler der anderen korrigieren und hilfreiches Feedback geben. Ja, konstruktives Feedback ist für Wachstum und Verbesserung unerlässlich. Es ist ein kollaborativer Lernprozess. Lassen Sie uns diese Gespräche also weiterhin regelmäßig führen. Sie spielen eine entscheidende Rolle auf unserer Reise zum Englisch lernen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Jedes Gespräch bringt uns unserem Ziel näher, fiesend Englisch zu sprechen. Absolut. Fordern wir uns immer wieder selbst heraus und gehen an unsere Grenzen. Mit Übung und Ausdauer werden wir unsere Englisch-Lernziele erreichen. Das ist der Geist. Gemeinsam können wir jede Sprachbarriere überwinden und selbstbewusst Englisch sprechen. Ich freue mich auf unsere Fortschritte und die zukünftigen Gespräche, die wir führen werden. Es liegt eine aufregende Reise vor uns. Lektion 16, Rabattangebot Hey Anna, weißt du was? Ich habe ein tolles Angebot gefunden. Das ist aufregend, John. Was für einen Deal hast du gefunden? Es ist ein Rabatt auf die neuen Bücher, die wir kaufen wollten. Das ist fantastisch. Wie viel Rabatt hast du bekommen? Es ist ein Rabatt von 30 Prozent, also werden wir einiges sparen. Das ist unglaublich. Wo hast du diesen Deal gefunden? Ich habe es online auf der Website einer beliebten Buchhandlung gefunden. Das ist praktisch. Musstest du einen Gutscheincode verwenden? Ja, ich musste beim Checkout einen Gutscheincode eingeben, um den Rabatt zu nutzen. Das ist gut zu wissen. Ich vergesse immer, nach Gutscheincodes zu suchen. Es lohnt sich, dies vor einem Online-Kauf zu überprüfen. Sie wissen nie, welche Angebote Sie finden könnten. Unbedingt. Das mache ich beim nächsten Mal auf jeden Fall. Danke für den Tipp, John. Du bist willkommen, Anna. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, etwas Geld zu sparen. Ich auch. Es ist immer schön, ein gutes Angebot zu finden. Definitiv. Jetzt können wir unsere neuen Bücher genießen, ohne das Budget zu sprengen. Lektion 17, die Art zu reisen Anna, hast du Reisetipps? Ja, John. Ein Tipp, den ich immer befolge, ist, eine Karte überall hin mitzunehmen. Das ist eine gute Idee. Eine Karte kann sehr hilfreich sein, besonders an unbekannten Orten. Absolut. Es ist eine zuverlässige Art, zu navigieren und sich zurechtzufinden. Ich stimme zu. Mit einer Karte können Sie Ihre Route planen und erkunden, ohne sich zu verirren. Und es ist auch ein gutes Backup für den Fall, dass Ihr Telefon oder GPS ausfällt. Das ist wahr. Technologie kann manchmal unzuverlässig sein. Ein weiterer Tipp ist, sich Ihrer Umgebung bewusst zu sein und die Einheimischen zu beobachten. Das ist ein wertvoller Rat. Einheimische kennen oft die besten Sehenswürdigkeiten und können Ihnen Insider-Tipps geben. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist immer toll, von den Einheimischen zu lernen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie leicht packen und nur das Nütigste mitnehmen. Das ist eine gute Erinnerung. Wenn Sie mit weniger Gepäck reisen, ist es einfacher, sich fortzubewegen. Es ist bequemer und erspart Ihnen unnötigen Stress. Danke für die Reisetipps, Anna. Ich werde Sie auf jeden Fall bei meiner nächsten Reise berücksichtigen. Lektion 18 Lass den Teig aufgehen. Anna, ich versuche Brot zu backen, aber bei einem Schritt bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich den Teig gehen lassen soll. Generell solltest du den Teig an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Das ist gut zu wissen. Wie lange dauert das normalerweise? Das hängt vom Rezept ab, kann aber zwischen einer und zwei Stunden dauern. Ich verstehe. Gibt es eine bestimmte Temperatur, die der Ort haben sollte? Idealerweise sollte der Ort etwa 80 bis 90 Grad Fahrenheit. 27 bis 32 Grad Celsius haben. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Soll ich den Teig abdecken, während er aufgeht? Ja, wenn Sie den Teig mit einem sauberen Küchentuch oder einer Plastikfolie abdecken, bleibt die Feuchtigkeit erhalten. Das macht Sinn. Das werde ich richtig behandeln. Danke für deine Anleitung, Anna. Lektion 19. Gute Idee. Andere Hobbys. Anna, ich liebe es, Frisbee zu spielen, aber hast du noch andere Hobbys, die du empfiehlst? Absolut, John. Ein Hobby, das ich sehr empfehlen kann, ist Malen. Malen klingt interessant. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen und gleichzeitig zu entspannen. Das klingt wunderbar. Welche Materialien benötige ich, um mit dem Malen zu beginnen? Zu Beginn benötigen Sie einige grundlegende Kunstgegenstände wie Pinsel, Farben und Leinwände. Ich mache eine Liste und hole die Vorräte. Irgendwelche anderen Hobbys, die du vorschlägst? Ein weiteres unterhaltsames Hobby ist das Gärtmann. Es ist lohnend, Pflanzen wachsen und gedeihen zu sehen. Gärtnern klingt friedlich. Was muss ich tun, um einen Garten anzulegen? Wählen Sie zunächst einen geeigneten Standort mit ausreichend Sonnenlicht. Wählen Sie dann Pflanzen aus, die in Ihrer Gegend gedeihen. Ich suche mir einen sonnigen Platz in meinem Garten und suche nach den besten Pflanzen für meine Region. Das ist ein toller Plan, John. Gartenarbeit kann eine wunderbare Art sein, sich mit der Natur zu verbinden. Ich freue mich darauf, loszulegen. Gibt es noch andere Hobbys, die ich deiner Meinung nach in Betracht ziehen sollte? Fotografieren ist ein weiteres fantastisches Hobby. Es ermöglicht Ihnen, besondere Momente festzuhalten und Ihre Umgebung aus einer anderen Perspektive zu erkunden. Fotografie klingt faszinierend. Welche Art von Kamera empfehlen Sie Anfängern? Für Anfänger funktioniert eine Digitalkamera oder sogar ein Smartphone mit einer guten Kamera einwandfrei. Das ist gut zu wissen. Ich habe bereits ein Smartphone, sodass ich sofort mit dem Fotografieren beginnen kann. Das ist perfekt, John. Das ist ein vielseitiges Hobby, das Sie überall ausüben können. Danke für die Hobby-Empfehlungen, Anna. Ich kann es kaum erwarten, diese neuen Interessen zu erkunden. Lektion 20, Frisbee-Zeit Anna, ich spiele gerne Frisbee. Um wie viel Uhr treffen wir uns zum Spielen? Das klingt lustig, John. Wie wäre es, wenn wir uns gegen 16 Uhr im Park treffen? 16 Uhr funktioniert für mich. Der Park ist ein großartiger Ort, um Frisbee zu spielen. Absolut. Es gibt viel Freiraum, auf dem wir herumlaufen und das Spiel genießen können. Ich bringe meinen Frisbee mit. Hast du irgendwelche Vorlieben für die Farbe der Frisbee? Jede Farbe passt zu mir, John. Solange es während des Spiels leicht zu erkennen ist. In Ordnung. Ich werde sicherstellen, dass ich einen farbenfrohen Frisbee mitbringe. Großartig. Oh, und lass uns noch ein paar Freunde zu uns einladen, wenn sie verfügbar sind. Das ist eine gute Idee. Je mehr, desto besser. Ich werde unsere Freunde kontaktieren und sie wissen lassen. Perfekt. Es wird ein lustiger und aktiver Nachmittag. Ich freue mich darauf. Ich auch, Anna. Frisbee zu spielen ist immer eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen und einen freundschaftlichen Wettkampf zu veranstalten. Absolut, John. Es ist eine fantastische Art, aktiv zu bleiben und die Natur zu genießen. Nun, wir sehen uns um Punkt 16 Uhr im Park. Mach dich bereit für ein bisschen Frisbee-Spaß. Lektion 21, Nachtruhe Wie steht's mit dir? Wie war dein Abend? Es war großartig. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Wie steht's mit dir? Oh, das ist gut zu hören. Meine Nacht war auch ziemlich erholsam. Ich habe gut geschlafen. Das ist wunderbar. Ein guter Schlaf ist so wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden. Absolut. Es hilft uns, uns erfrischt und bereit für den Tag zu fühlen. Auf jeden Fall. Wenn ich gut schlafe, stelle ich fest, dass mein Fokus und meine Produktivität viel besser sind. Ich stimme vollkommen zu. Es ist erstaunlich, wie viel Unterschied ein guter Schlaf machen kann. Das ist es wirklich. Haben Sie Tipps für einen erholsamen Schlaf? Eine Sache, die mir hilft, ist die Einrichtung einer Schlafenszeitroutine. Ich versuche, mich vor dem Schlafengehen zu entspannen, indem ich ein Buch lese oder beruhigende Musik höre. Das ist eine tolle Idee. Ich probiere es mal aus. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Ich hoffe, es hilft dir auch, besser zu schlafen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Nochmals vielen Dank, John. Kein Problem, Anna. Schlaf gut heute Nacht. Lektion 22 Temperaturkontrolle Wie ist die Temperatur heute? Es sind um die 10 Grad. Etwas kühl, aber nicht zu kalt. Ah, ich verstehe. Dann ist definitiv Polo verwetter. Ja, zu dieser Jahreszeit ist es immer eine gute Idee, sich in mehreren Schichten zu kleiden. Absolut. Es ist wichtig, warm und gemütlich zu bleiben. Auf jeden Fall. Ich möchte mich in der Wintersaison nicht erkälten. Ich stimme zu. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein und uns vor der Kälte zu schützen. Das ist wahr. Ich bin froh, dass ich heute meinen Schal und meine Handschuhe mitgebracht habe. Kluger Schachzug Vorsicht ist besser als Nachsicht, wenn es um das Wetter geht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist immer gut, die Temperatur zu überprüfen, bevor Sie losfahren. Ja, es hilft uns, unseren Tag zu planen und uns angemessen zu kleiden. Exakt. Also, bist du bereit, dem kühlen Wetter zu trotzen? Absolut. Packen wir uns zusammen und machen das Beste aus dem Tag. Lektion 23 Ich habe in letzter Zeit viel trainiert und mir wurde klar, wie wichtig Ruhetage dazwischen sind. Das ist beeindruckend. Ruhetage sind entscheidend, damit sich unser Körper erholen und wieder aufbauen kann. Ja, genau. In den Ruhetagen werden unsere Muskeln tatsächlich stärker. Das ist faszinierend. Das wusste ich nicht. Ruhetage tragen auch dazu bei, Übertraining vorzubeugen und das Verletzungsrisiko zu verringern. Das macht Sinn. Ich denke, es geht darum, die richtige Balance zu finden. Absolut. Es kann kontraproduktiv sein. Uns zu sehr anzustrengen, ohne sich ausreichend auszuruhen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Also, wie oft machst du Ruhetage? Normalerweise habe ich ein oder zwei Ruhetage pro Woche, abhängig von meiner Trainingsroutine. Das klingt vernünftig. Ich werde sicherstellen, dass auch Ruhetage in meinen Fitnessplan aufgenommen werden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Ich glaube dir. Danke, dass du diese wertvollen Informationen geteilt hast, John. Du bist willkommen, Anna. Pass auf dich auf und höre auf deinen Körper. Lektion 24 – Tools zum Sprachenlernen Ich finde es hilfreich, Filme anzusehen oder Musik in der Zielsprache zu hören, um Sprachen zu lernen. Das ist eine tolle Idee. Das Eintauchen in die Medien kann ein unterhaltsames und effektives Lerninstrument sein. Ja, es macht uns mit natürlicher Konversationssprache vertraut und hilft, unsere Hörfähigkeiten zu verbessern. Absolut. Es bietet auch Kontext und kulturelle Einblicke. Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine unterhaltsamere Art zu lernen als herkömmliche Lehrbücher. Ich stimme zu. Es ist, als würde man lernen und gleichzeitig unterhalten werden. Exakt. Und wenn wir auf neue Wörter oder Sätze stoßen, können wir sie zum besseren Verständnis nachschlagen. Das ist ein gutes Argument. Das ist eine praktische Möglichkeit, unseren Wortschatz zu erweitern. Es ist auch hilfreich, Filme anzusehen oder Musik mit Untertiteln in der Zielsprache zu hören. Ja, auf diese Weise können wir die gesprochenen Worte mit ihren geschriebenen Formen verbinden. Genau. Es ist ein multisensorischer Ansatz, der sowohl unsere visuellen als auch unsere auditiven Fähigkeiten anspricht. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Danke für den Vorschlag, John. Du bist willkommen, Anna. Viel Spaß beim Sprachenlernen. Lektion 25, Parktreffen. Treffen wir uns im Park? Klar, treffen wir uns dort in einer Stunde. Hört sich gut an. Ich sehe dich dort. Großartig. Ich bringe eine Decke und ein paar Snicks mit. Perfekt. Es wird eine nette Art sein, die Natur zu genießen. Ich freue mich darauf. Der Park ist immer so erfrischend und friedlich. Ich stimme zu. Es ist ein großartiger Ort zum Entspannen und Erholen. Und es ist eine gute Gelegenheit, unsere englischen Konversationsfähigkeiten zu üben. Auf jeden Fall. Das Eintauchen in Gespräche aus dem wirklichen Leben ist der beste Weg, um uns zu verbessern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Außerdem können wir die wunderschöne Landschaft genießen, während wir uns unterhalten. Das ist wahr. Die Natur hat eine Art, uns zu inspirieren und zu beruhigen. Es ist wie ein frischer Wind für unseren Körper und unseren Geist. Absolut. Ich bin froh, dass wir den Park als unseren Treffpunkt gewählt haben. Ich auch. Wir sehen uns in einer Stunde, John. Ich freue mich darauf, Anna. Wir sehen uns bald. Lektion 26 Diätetische Einschränkungen Haben Sie irgendwelche diätetischen Einschränkungen? Nein, ich bin nicht wählerisch, aber Jean ist Veganerin, also berücksichtigen wir das normalerweise bei der Planung von Mahlzeiten. Das ist gut zu wissen. Es ist immer wichtig, unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse zu berücksichtigen. Absolut, es trägt dazu bei, dass alle das Essen zusammen genießen können. Hast du selbst vegane Gerichte probiert? Ja, habe ich. Es gibt einige wirklich leckere vegane Rezepte. Es ist überraschend, wie schmackhaft sie sein können. Ich stimme zu. Die vegane Küche hat einen langen Weg zurückgelegt, und es ist großartig zu sehen, wie vielfältig die jetzt verfügbaren Optionen sind. Auf jeden Fall. Es ist auch eine gute Möglichkeit, mehr pflanzliche Mahlzeiten in unsere Ernährung aufzunehmen. Das ist wahr. Es ist eine gesündere Wahl und auch besser für die Umwelt. Exakt. Es ist eine Win-Win-Situation. Das werde ich bei der Planung unserer nächsten Mahlzeit berücksichtigen. Danke fürs Teilen, Anna. Du bist willkommen, John. Lass mich wissen, wenn du Hilfe mit veganen Rezepten brauchst. Das weiß ich zu schätzen. Das Angebot nehme ich vielleicht irgendwann an. Klar, jederzeit. Lass es mich einfach wissen. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 27, Kombinationsschloss. Ich muss das Kombinationsschloss öffnen, aber ich habe den Code vergessen. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Ich hole den Hauptschlüssel ab und öffne ihn für dich. Großartig, danke. Du kommst immer zur Rettung. Es ist überhaupt kein Problem. Ich helfe gerne. Ich kann mir wirklich schlecht Codes und Passwörter merken. Das passiert den Besten von uns. Deshalb ist es gut, Backup-Lösungen zu haben. Du hast recht. Ich sollte wahrscheinlich wichtige Codes an einem sicheren Ort aufschreiben. Das ist eine gute Idee. Achte nur darauf, es sicher aufzubewahren. Das werde ich. Danke, dass du das Schloss geöffnet hast, Anna. Du hast mir viel Frust erspart. Kein Problem, John. Freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ich schulde dir was. Nee, das gehört alles dazu, Freunde zu sein. Nun, ich weiß es trotzdem zu schätzen. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 28 20 – Auswärts essen Lass uns zur Abwechslung mal auswärts essen. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Restaurant in der Innenstadt? Ich habe gute Dinge darüber gehört. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe Lust auf Pasta. Perfekt. Sie haben eine große Auswahl an Nudelgerichten auf Ihrer Speisekarte. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Ich könnte heute Abend eine Pause vom Kochen gebrauchen. Es ist schön, wenn zur Abwechslung mal jemand anderes eine Mahlzeit zubereitet. Absolut. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen und Küchen auszuprobieren. Ich freue mich darauf. Lass uns eine Reservierung machen. Klar, ich kümmere mich darum. Welche Uhrzeit passt am besten zu dir? Wie wäre es mit 19 Uhr? Funktioniert das? Hört sich gut an. Ich reserviere für 19 Uhr im italienischen Restaurant in der Innenstadt. Hervorragend. Ich kann es kaum erwarten, mit dir ein köstliches Essen zu genießen, Anna. Lektion 29, Ausstattung des Flughafens. Ich wünschte, alle Flughäfen hätten Orte wie diesen. Absolut, es macht das Reisen angenehmer. Es ist schön, bequeme Sitze und Ladestationen zu haben. Und das kostenlose WLAN ist auch ein Bonus. Auf jeden Fall. Es hilft, die Zeit beim Warten auf Flüge zu vertreiben. Außerdem haben Sie hier eine gute Auswahl an Geschäften und Restaurants. Das ist wahr. Es ist praktisch, etwas zu essen oder einzukaufen. Und die Flughafen Lounge ist ein großartiger Ort zum Entspannen. Ja, es ist eine schöne Flucht vor dem Trubel des Termines. Ich achte immer darauf, früh anzukommen, damit ich dort etwas Zeit verbringen kann. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist eine Möglichkeit, das Reiseerlebnis angenehmer zu gestalten. Absolut, und es lohnt sich, besonders bei längeren Zwischenstops. Das werde ich bei meiner nächsten Reise im Hinterkopf behalten. Danke für den Tipp, Anna. Lektion 30, Kunst und Entspannung. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und etwas Schönes zu machen. Ich freue mich, dass wir dieselbe Leidenschaft für Kunst teilen. Es ist eine therapeutische Aktivität, die es uns ermöglicht, uns auszudrücken. Exakt. Es ist eine Form der Selbstfürsorge und eine Möglichkeit, sich zu entspannen. Ich finde es beruhigend, mich darauf zu konzentrieren, etwas mit meinen Händen zu kreieren. Ich auch. Es ist eine Pause von der digitalen Welt und den Bildschirmen. Und das Beste daran ist, das fertige Kunstwerk zu sehen und sich vollendet zu fühlen. Absolut. Es ist ein Gefühl der Erfüllung und des Stolzes. Und es ist wunderbar, uns mit unseren eigenen Kreationen umgeben zu können. Auf jeden Fall. Es verleiht unseren Wohnräumen eine persönliche Note. Ich bin dankbar, dass wir dieses gemeinsame Interesse haben. Es bringt uns näher. Ich auch, John. Es ist eine besondere Bindung, die wir haben. Nehmen wir uns mehr Zeit für Kunst in unserem Leben. Es lohnt sich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam kreieren und entspannen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich freue mich auf unser nächstes künstlerisches Abenteuer. Lektion 31 – Einen Unterschied machen Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, wie wir in der Welt etwas bewirken können, egal wie klein es ist. Das ist ein tolles Thema. Es ist wichtig, eine positive Wirkung zu erzielen. Welche Ideen haben Sie? Eine Sache, die wir tun können, ist ehrenamtlich in lokalen Organisationen zu arbeiten. Sie brauchen immer zusätzliche Hilfe. Unbedingt. Freiwilligenarbeit ist eine fantastische Möglichkeit, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Wir können uns für Anliegen entscheiden, die uns am Herzen liegen. Eine andere Idee ist die Teilnahme an Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sie sammeln Spenden für verschiedene Zwecke und schaffen Bewusstsein. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, die Bedürftigen zu unterstützen. Wir können an Wohltätigkeitsläufen oder Spaziergängen teilnehmen, um einen Beitrag zu leisten. Wir können auch kleine Änderungen in unserem täglichen Leben vornehmen, zum Beispiel Abfall reduzieren und recyceln. Es mag unbedeutend erscheinen, aber es summiert sich. Ich werde das überprüfen, bevor ich einen kaufe. Recycling ist wichtig für die Umwelt. Wir sollten alle unseren Teil dazu beitragen. Absolut. Jede kleine Aktion zählt. Wir können auch andere über die Bedeutung von Nachhaltigkeit aufklären. Das ist richtig. Der Austausch von Wissen und die Sensibilisierung sind von entscheidender Bedeutung. Wir können Workshops organisieren oder Informationsinhalte erstellen. Es geht darum, einen Unterschied zu machen, egal wie groß oder klein. Zusammen können wir eine bessere Welt schaffen. Lektion 32 Vor dem Kauf prüfen Ich habe vor, ein neues Smartphone zu kaufen. Irgendwelche Tipps, was ich vor dem Kauf überprüfen sollte? Guter Punkt. Ich werde das überprüfen, bevor ich einen kaufe. Berücksichtigen Sie zunächst die Funktionen, die Sie benötigen. Auf jeden Fall. Ich möchte eine gute Kamera und viel Stauraum. Was sollte ich sonst noch beachten? Die Akkulaufzeit ist unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass es bei normalem Gebrauch den ganzen Tag überhält. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte nicht ständig nach Ladepunkten suchen. Was ist mit dem Betriebssystem? Sie sollten zwischen iOS und Android wählen, je nach Ihrem Vorlieben und dem, was Sie gewohnt sind. Ich kenne mich besser mit Android aus, also werde ich wahrscheinlich dabei bleiben. Was ist mit der Haltbarkeit des Telefons? Es ist wichtig zu überprüfen, ob das Telefon robust gebaut ist und ob es wasserdicht ist oder ob eine Schutzhülle verfügbar ist. Richtig! Ich möchte ein Telefon, das versehentlichen Herunterfallen und Verschütten standhält. Irgendwelche anderen Tipps? Vergessen Sie nicht, Preise zu vergleichen und Bewertungen zu lesen. Es ist wichtig, eine zuverlässige und preisgünstige Option zu finden. Danke für den Rat. Ich werde diese Tipps bei der Auswahl meines neuen Telefons unbedingt berücksichtigen. Lektion 33 – Interessen erkunden Ich suche nach neuen Hobbys zum Erkunden. Irgendwelche Vorschläge? Es ist immer aufregend, neue Dinge auszuprobieren. Was interessiert dich? Ich kann dir beim Brainstorming helfen. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Vielleicht sollte ich mit der Gitarre anfangen. Das klingt toll. Ein Instrument zu lernen kann eine lohnende Erfahrung sein. Sie können mit Online-Tutorials beginnen. Das mache ich auf jeden Fall. Irgendwelche anderen Vorschläge für Hobbys? Wie wäre es mit Malen oder Zeichnen? Es ist eine fantastische Möglichkeit, Kreativität auszudrücken und sich zu entspannen. Das klingt interessant. Ich habe seit Jahren nicht mehr gezeichnet, aber es könnte Spaß machen, es noch einmal zu versuchen. Eine weitere Option ist die Gartenarbeit. Es ermöglicht ihnen, sich mit der Natur zu verbinden und ihre eigenen Pflanzen und Gemüse anzubauen. Gärtnern klingt entspannend. Außerdem esse ich frische Produkte. Gibt es noch andere Hobbys, die dir einfallen? Du könntest versuchen zu kochen oder zu backen. Es ist eine praktische Fähigkeit und sie werden köstliche Mahlzeiten oder Desserts genießen können. Das ist wahr. Ich könnte meine Freunde mit meinen Kochkünsten beeindrucken. Danke für die Vorschläge. Warst du schon einmal auf einer Achterbahn? Ich erinnere mich, dass ich mit der Roten gefahren bin. Es war so aufregend. Oh, ich erinnere mich an den. Es war so schnell und hatte viele Schleifen. Achterbahnen können viel Spaß machen. Sie lassen dein Herz auf jeden Fall hörschlagen. Ich habe darüber nachgedacht, bald in einen Vergnügungspark zu gehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Achte einfach darauf, vorher die Sicherheitsbestimmungen und Bewertungen des Parks zu überprüfen. Guter Punkt. Ich werde einige Nachforschungen anstellen und einen Park mit einer guten Sicherheitsbilanz auswählen. Es ist auch eine gute Idee, zu überprüfen, ob für bestimmte Fahrten Größen oder Gewichtsbeschränkungen gelten. Absolut. Ich möchte nicht enttäuscht sein, wenn ich nicht auf eine bestimmte Fahrt gehen könnte. Und vergessen Sie nicht, die Öffnungszeiten des Parks und alle Sonderveranstaltungen zu überprüfen, die dort stattfinden könnten. Das ist wichtig zu wissen. Ich würde ihn nicht an einem Tag besuchen wollen, an dem der Park geschlossen oder zu voll ist. Normalerweise dauert es etwa 4 bis 5 Minuten, bis der Kaffee richtig gebrüht ist. Das ist ein guter Zeitrahmen, John. Das Brühen von Kaffee erfordert die richtige Zeit für eine optimale Geschmacksextraktion. Wie kann ich sicherstellen, dass ich innerhalb dieses Zeitrahmens den Kaffee richtig koche? Malen Sie Ihre Kaffeebohnen zunächst auf die für Ihre Brüllmethode geeignete Grobheit. Ich werde sicherstellen, dass die Schleife-Einstellungen entsprechend angepasst werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Großartig! Messen Sie als nächstes die richtige Menge an Kaffeesatz und Wasser für die gewünschte Stärke ab. Das Verhältnis zwischen Kaffee und Wasser ist also entscheidend für ein ausgebogenes Gebräu. Absolut! Halten Sie sich an das für Ihre Brühausrüstung empfohlene Verhältnis von Kaffee zu Wasser. Wie starte ich den Brühvorgang, wenn ich alles gemessen habe? Erhitzen Sie das Wasser auf die ideale Temperatur für Ihre Brühmethode. Es liegt normalerweise bei 195 bis 205 Grad Fahrenheit, 90 bis 96 Grad Celsius. Ich verwende ein Thermometer, um sicherzustellen, dass das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht. Gute Idee! Sobald das Wasser erhitzt ist, gießen Sie es gleichmäßig über den Kaffeesatz. Soll ich alles auf einmal oder in Intervallen einschenken? Gießen Sie es am besten in Intervallen ein, damit das Wasser den Boden gleichmäßig sättigen kann. Ich werde daran denken, langsam und gleichmäßig zu gießen, um eine korrekte Extraktion zu gewährleisten. Hervorragend! Lassen Sie den Kaffee nach dem Einschenken für die empfohlene Zeit ungestört ziehen. Also sollte ich während dieser 4 bis 5 Minuten vermeiden, den Kaffee umzurühren oder zu rühren? Das ist richtig! Wenn Sie es ungestört ziehen lassen, können sich die Aromen voll entfalten. Was ist der nächste Schritt, wenn die Brühzeit abgelaufen ist? Den Kaffee vorsichtig eintauchen oder abseihen, um den Kaffeesatz vom gebrühten Kaffee zu trennen. Ich achte darauf, einen zuverlässigen Kaffeefilter oder eine Presse zu verwenden, um eine saubere Tasse Kaffee zu erhalten. Das ist eine gute Praxis, John. Und zum Schluss genießen Sie Ihre gut gebrühte Tasse Kaffee. Danke für die Anleitung, Anna. Ich freue mich darauf, Kaffee richtig zuzubereiten und die Aromen zu genießen. Du bist willkommen, John. Kaffee kochen kann ein herrliches Erlebnis sein, wenn es richtig gemacht wird. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass ich meine Fähigkeiten beim Kaffee kochen verbessere. Hab einen wundervollen Tag. Ich zeige mich zusammen. Ich dise emphasizing meine Fähigkeiten beim Kaffee träumen, os sie schätzen, wir können das Sch特 kaffee mo�. Vielen Dank.